Willkommen zu Spyro 1, dem Remaster auf der PS4. Wir sind hier in Welt 4, aber hier bleiben wir nicht, denn wie im letzten Part gesagt, fehlt uns in der 2. Welt bei den Friedensstiftern ein Fluglevel. Das werden wir uns jetzt holen. Das habe ich damals komplett übersehen. Also eigentlich bin ich einmal um das Portal herumgelaufen und habe dann einfach vergessen, dass es da ist. Da möchte ich noch einen ausschießen, der uns verspottet. So. Sollte eigentlich eine Jaffe geben, hat es aber jetzt nicht. Egal. Doch. Jetzt gerade gekommen. Und zwar hier. Der Nachtflug. Nein. Mal schauen, wie viele versuche ich denn diesmal brauchen werde in dem Fluglevel. Okay, anscheinend ist die Route schon mal eindeutig vorgegeben. Also die Anführung zu nehmen ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich eine Uhr übersehen habe. Die habe ich übersehen. Ich bin mir einfach nicht getroffen, besser gesagt. Okay, es gibt da noch Lichter und Böden. Ich bin mir, ich bin maß. Das geht nicht. Ogu. Okay, haben wir hier die Böden. Und hier liegt er. Oh fuck, falsch, geflogen. Das wäre der letzte gewesen. Hätte nach rechts weiter fliehen müssen. Okay, noch einmal. Und noch einmal. Denn die Zeit ist hier anscheinend etwas sehr knapp bemessen. Aber das bekommen wir schon noch eben. Wenn ich nicht einen Ring verpasse. Wenigstens kostet das kein Leben. Das gibt es doch nicht. Warum lande ich da immer drauf? So bin ich einfach weiter. Aber es fängt schon an zum Piepen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das ist ein Fehler. So, was wird das hier? Darf ich einfach nicht drin sein. So, was wird das hier? Untertitelung des ZDF, 2020 So, sehr gut. Ein 17 Ziegen. So, dann können wir den Zeppelin jetzt nehmen. Ja, Monstermacher. Das geht in dem Flug, nämlich auch. Das geht in dem Lälder-Monstermacher. Dann mache ich hier draus einen kurzen Part und wir starten einfach dann morgen mit der Welt der Monstermacher. Genau. Ich bedanke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.